Einen ganz wundervollen guten Tag meine Damen und Herren und willkommen zurück zum Discord Bot Tutorial. Heute wollen wir auswerten, wie oft wir eigentlich hier oder wie oft ich verloren habe beim Roulette spielen und ja, dann deprimiert in den Keller gehen und verstehen, dass wir nie wieder Roulette spielen, zumindest nicht im echten Leben, wo uns unser Geld was wert ist. Hier hat es mich ja nichts gekostet. Gut, wir wollen das mal kurz auswerten, indem wir hier die Nachrichten vom Tutorial Bot zählen, die leider verloren beinhalten und das können wir machen, indem wir die History auswerten. Das heißt, wir gehen quasi den kompletten Kanal durch hier und werten aus, wie oft da leider verloren und ein trauriger Smiley drin steht. Okay, so, dazu wechseln wir mal wieder hier rüber und wir können natürlich hier so viele Ifs reinpacken, wie wir wollen. Ja, das ist ganz normaler Python-Code. Da können wir reinpacken, was wir wollen. Das spricht, wir können auch sagen, Ifmessage.content.startswithstats oder nee, lass uns Stats nehmen. Stats als Befehl. Das heißt, wenn man Stats eingibt, dann wird gezählt, wie oft wir eigentlich verloren haben. So, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, das zu machen. Die eine Möglichkeit ist, wir sammeln alle Nachrichten und schreiben sie in eine Liste und werten dann aus. Und die zweite Möglichkeit ist, wir gehen einfach alle Nachrichten quasi gleichzeitig durch, ja, parallelisiert und uns ist die Reihenfolge völlig egal, okay? Das heißt, bei der ersten Variante, ich gehe nochmal kurz hierher, da wird wirklich von oben nach unten durchgegangen, eins zu eins, was da für Nachrichten drinstehen. Das können wir mal ganz kurz machen und da geben wir uns dann einfach mal ganz kurz die Nachrichten so aus. Über Print würde ich das allerdings sagen. Messages ist gleich Await. Da müssen wir dann quasi jedes Mal warten, wenn der Bot eine Nachricht liest, bis er sie auch wirklich fertig gelesen hat, okay? Und deswegen hier eben dieses Await vorne dran. Channel.history. Und, achso, halt, der Channel ist natürlich über Message.Channel verfügbar, wie wir hier oben auch gesendet haben. Punkt History gibt uns die History und hier setzen wir ein Limit. Und das Limit müssen wir nicht unbedingt setzen, aber wir können es setzen. Ich mache hier mal ein Limit von 50 rein, das heißt, die letzten 50 Nachrichten werden gelesen und wir flatten das Ganze. So, und dann printen wir einfach hier in unserer Konsole die Messages aus, okay? Okay, lasst uns das mal kurz starten und kurz warten. Und jetzt müssen wir natürlich Stats eingeben. Einmal Stats. Und wir sehen, ähm, hier. So, wir sehen, dass wir hier sehr, sehr viele Nachrichten haben. Und zwar einmal Message mit der ID. Wir kriegen jedes Mal die ID von dem Dingens. Wir kriegen auch jedes Mal die ID von dem Channel. Also von diesem Channel hier, in dem die Nachricht drin vorkam. Dann kriegen wir jedes Mal den Channel-Namen. Dann kriegen wir die Position und so weiter und so fort. Ähm, dann kriegen wir, ähm, oh, es gibt Not Safe for Work, ähm, Flags hier. Es gibt News-Flags. Das wusste ich gar nicht. Das sind, ähm, coole Sachen. Ähm, dann haben wir hier den Autor natürlich. Das bin ich. Äh, da steht auch mein Name drin. Der Morpheus. Und dann der Discriminator. Das ist der Tag übrigens. Dann steht drin, ob man einen Bot hat. Ob man einen anderen Nick-Namen auf dem Server hat. Die Gilde bezeichnet den Server. Das ist jetzt wichtig für das nächste oder für die nächsten paar Male. Die Gilde bezeichnet im Endeffekt den Server. Hat natürlich auch eine ID. Ähm, hat einen Namen. Der Bot Testing Server hier. Ja, das heißt, wir sehen hier, das ist die Gilde. Äh, beziehungsweise der Name der Gilde. Dann haben wir hier verschiedene andere Dinge, die wir wahrscheinlich nicht brauchen. Ähm, dann haben wir hier aber auch so Sachen wie Member Count. Okay. Das heißt, wir können zählen, wie viele Member da drin sind. Und dann haben wir die nächste Nachricht schon wieder. So. Und, ja, wir haben im Endeffekt nicht mal wirklich diese Nachrichten hier ausgegeben. Das heißt, was wir hier machen wollen, ist, wir wollen natürlich jedes Mal, Also, wir sagen hier mal, for E in Messages print E.Content. Okay. Ich habe euch ja letztes Mal schon gezeigt, dass das eigentlich so meistens ist, dass man nicht nur die Nachricht bekommt, sondern natürlich auch noch Metainformationen zu der Nachricht. Und dadurch hat man dann auch die Möglichkeit, auf andere Objekte zuzugreifen und so weiter und so fort. Und das ist halt das Tolle dabei. Das heißt, ihr könnt auch jeden Nutzer irgendwie auslesen, der diese Nachricht geschickt hat. Weil eine Nachricht besteht eben nicht nur aus Text, sondern eben auch, wann sie geschickt wurde, wer sie geschickt hat, in welchem Channel sie ist, auf welchem Server sie ist und so weiter und so fort. So, wir machen nochmal Stats. Und jetzt sehen wir hier, jetzt mit dem Content haben wir auch wirklich diese ganzen Nachrichten. So, und was wichtig ist, wir sehen, dass das andersrum ist. Das heißt, wir gehen von der neuesten Nachricht hin, das ist die neuesten Nachricht hier, die Stats, und dann geben wir eins weniger neu, noch eins weniger neu und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen quasi nach hinten durch. Wir scrollen sozusagen nach oben in unserem Channel. Das ist, wie wenn ihr lesen würdet, von unten nach oben. So liest der Bot das Ganze, okay? Das heißt, ihr bekommt immer die 50 neuesten Nachrichten, sortiert von neueste auf weniger neueste. So, okay. Jetzt können wir hier allerdings hergehen und können zum Beispiel einfach das Ganze zählen. Das funktioniert wunderbarstens. Das werde ich jetzt allerdings hier nicht machen. Es gibt nämlich noch eine andere Variante, die schneller funktioniert, okay? Es gibt eine Variante, die quasi alle Nachrichten gleichzeitig liest, also alle 50 Nachrichten oder wie viele ihr auch immer bei diesem Limit angeht. Und die wollen wir jetzt verwenden. Das heißt, wir sagen hier, wir haben einen Counter. Wir wollen einfach nur zählen und sagen hier, okay, asynchron ist das Ganze auch. Und zwar loopen wir jetzt quasi durch diese History durch. for m in Message.Channel.History. So, und hier wollen wir jetzt kein Limit mal angeben. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir brauchen hier auch kein Flatten. Wir müssen hier einfach nur durchloopen. So, was dann passiert ist, wir können hier drin einfach auf m.autor zugreifen. Wenn das nämlich gleich dem, äh, ja. Wenn das der Client.user ist, dann ist das hier unser Client, ja. Dann sind wir das. Dann ist das unser Bot, okay? Okay, das heißt, wir gucken quasi, ist das Ding, oh ja, ups, das sollte ich vielleicht nicht tun. Ähm, ist das Ding denn vielleicht von unserem Bot geschickt worden? Ähm, und dann haben wir quasi den Vergleich, ist das wirklich von dem User? Die kann man mit Gleichgleich vergleichen, die beiden. Das funktioniert wunderbar. Ja, wenn das so ist, dann überprüfen wir noch, ob die Nachricht, also m.content, wenn das gleich, ähm, leider verloren, habe ich das noch gespeichert? Nein, das habe ich nicht mehr gespeichert. Natürlich, leider verloren mit dem traurigen Smiley ist. So, und falls das der Fall ist, dann geht unser Counter 1 hoch. Counter gleich Counter plus 1. Und ansonsten machen wir einfach gar nichts und am Ende printen wir einfach mal den Counter aus. Print Counter. So, und dann wissen wir wahrscheinlich sehr deprimierend, wie oft wir eigentlich verloren haben. Gut, lasst uns uns den Bot mal, ähm, anwählen sozusagen und dann gucken wir mal rein in die Stats. So. Und wir sehen hier, der Bot ist fertig. Wir haben 46 Mal verloren. Das ist, ähm, viel, aber gar nicht so viel, wie ich dachte. Ich dachte, es wäre deutlich häufiger gewesen. Ja. Scheint, als wäre das ganz gut gelaufen. Und so könnt ihr im Endeffekt die History lesen. Jetzt könnt ihr natürlich mit dieser History machen, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Dinge tun, wie zum Beispiel, ähm, analysieren, wer wie oft was geschrieben hat, ja. Also ihr könnt für jeden User sozusagen ein Histogramm schreiben, wann er online ist zum Beispiel. Solche Sachen kann man damit auch machen. Also, ähm, immer vorsichtig sein. Ich bitte euch nur, solche Bots sind wirklich mächtig. Verarscht eure User nicht. Das ist euer Discord-Server. Das sind eure User. Ihr solltet immer um die Erlaubnis der User fragen, wenn ihr Sachen macht, die sie analysieren könnten, okay. Metadaten sind wirklich wichtig, ähm, und ja, das will ich hier nur einmal mitgeben. Ähm, falls irgendwann mal ein Bot bei uns eingesetzt wird, der in diese Richtung Analyse geht, dann werdet ihr natürlich auch gefragt. So, ähm, keine Ahnung, wenn man damit irgendwas rausfinden könnte, über wann ihr regelmäßig online seid oder sowas. Ähm, ja, ist logisch, oder? Ähm, weil man das vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Okay, cool. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.